Hallo, wie geht's euch heute so? Hertha BSC für der Woche mit Reins gewinnt. Guten Morgen auf meinem Kanal, natürlich. Ich zeige es für Kassar. Ich freue mich sehr darauf, wenn ich das erste Mal euch sehen würde. Und dann... Folgt ihn auf Instagram. Auf Instagram freue ich mich auch sehr darauf. Und dann schau...